Denn zusammen sind wir stärker! Das ist die größte US-Luftwaffenbasis außerhalb der USA. Das Co-Projekt soll eine Plattform bieten für gemeinsame Aktionen deutscher und amerikanischer Jugendlicher außerhalb der Schule. Schön wäre es, wenn daraus eine dauerhafte Einrichtung würde mit immer neuen Inhalten und Zielen. Der Weg dahin ist nicht ganz einfach, aber wir wurden von Anfang an von ein paar wundervollen jungen Menschen dabei unterstützt. Gemeinsam machen wir die Chor-Szene Diversa und Partizipativer. Was wir nicht sprechen können, das singen wir einfach. Gemeinsam machen wir die Chor-Szene Diversa und Partizipativer. Denn zusammen sind wir stärker! Weil wir so verschieden sind, singen wir stärker! Weil man zusammen das Team gewinnt. Besser als jeder allein ist es, jeder bringt sich ein.